Herzlich willkommen! Während es sicher kein Geheimnis mehr ist, dass Ethereum das Herzstück eines der größten Ökosysteme der Blockchain-Sphäre ist, könnte das soeben veröffentlichte London-Update substanzielle Veränderungen mit sich bringen. Warum das nicht nur Ethereum selbst, sondern auch anderen Projekten zu großen Profiten verhelfen kann, sehen wir uns heute an. Wir haben erst kürzlich vom enormen Potenzial Ethereums berichtet und Prognosen über mögliche Entwicklungen für das Projekt gestellt. In dieser Ausgabe von täglich Bitcoin und Krypto stellen wir euch die wichtigsten Ethereum-basierten Coins vor, welche aufgrund des neuesten Updates und den damit verbundenen Änderungen enormes Potenzial aufweisen. Wie viele wissen, sind wir der breit gestreuteste Kryptokanal mit den größten Hintergrundinformationen. Seriös und auf den Punkt gebracht. Um uns zu unterstützen, gib dem Video ein Like und abonniere den Kanal. Da uns auch immer viele Fragen erreichen, wie du günstig Krypto traden und kaufen kannst, wollen wir dir eine gute Möglichkeit aufzeigen, um Gebühren zu sparen. Mit Atani kannst du auf 20 Börsen gleichzeitig traden und dadurch über 1500 Euro an Gebühren sparen. Den Link findest du in der Beschreibung. Gerade erst wurde das lang erwartete EIP-1559-Update, auch London-Update genannt, veröffentlicht. Obwohl viele von euch wahrscheinlich bereits von der Existenz dieser Neuerung Bescheid wissen, zeigen wir euch, was für Auswirkungen die Verbesserung des Netzwerks bereits in so kurzer Zeit hatte und was für Möglichkeiten das für die Zukunft mit sich bringt. Neben der Aufteilung der Transaktionsgebühren, auch Gasfees genannt, in mehrere Teile und die damit verbundene erhöhte Berechenbarkeit und Transparenz der Kosten, hat das Update auch einen großen Einfluss auf die Zukunft des Ethereum-Ökosystems. Mit EIP-1559 wurde nämlich ein Mechanismus eingeführt, der einen Teil der Transaktionsgebühr verbrennt. Dies ist sehr wichtig für die Angebots- und Emissionsökonomie der ETH-Token, welche bei Ethereum unter dem noch bestehenden Proof-of-Work-Konsens derzeit inflationär ist. Nach dem Übergang zu ETH 2.0 und dem Wechsel zu Proof-of-Stake soll die Tokenwirtschaft planungsgemäß deflationär werden. Dies liegt daran, dass die Ausgabe von Block Rewards reduziert wird und ein Teil der Transaktionsgebühren weiterhin verbrannt werden. In weniger als 24 Stunden, seitdem das London-Update den Betrieb aufgenommen hat, wurden laut Analytikseite Ultrasound Money bereits über 6.000 ETH verbrannt. Dies entspricht über 16 Millionen Dollar bei einem aktuellen ETH-Preis von 2.768 US-Dollar. Unter der derzeitigen Verbrennungsrate von rund 2,5 ETH pro Minute vernichtet das Netzwerk bis zu 3.600 Token pro Tag. Eine Zahl, welche sich zukünftig noch erhöhen wird, sobald das Netzwerk stärker ausgelastet ist und somit die Transaktionskosten ansteigen. Obwohl dies nach viel klingt, ist das Ethereum-Angebot immer noch inflationär. In den ersten sieben Monaten des Jahres 2021 wurden laut Bankless rund 2,24 Millionen neue ETH-Token ausgegeben. Auf Jahresbasis würde dies bedeuten, dass das ETH-Angebot im Laufe des Jahres um 3,8 Millionen oder 3,3 Prozent von 114,1 Millionen auf 117,9 Millionen ansteigt. Zieht man hierbei die täglichen Verbrennungsraten ab, würde die Inflation auf etwa 1,25 bis 2,66 Prozent sinken. Der aktuelle Trend lässt jedenfalls darauf schließen, dass Ethereum bis zum Umstieg auf Proof-of-Stake zu einer deflationären Währung werden könnte. In diesem Zusammenhang ist es absehbar, dass einige Projekte stark von dieser Neuerung profitieren und gemeinsam mit Ethereum selbst ansteigen werden. Sehen wir uns nun Top-Projekte an, welche man auf keinen Fall aus den Augen verlieren sollte. Achtung! Aufgrund der hohen Nachfrage haben wir uns entschieden, die Anmeldefrist für den Kurs Top 10 Fehler beim Investieren in Bitcoin und Kryptowährungen um 48 Stunden zu verlängern. Du bekommst diesen Kurs im Wert von 99 Euro nur mehr bis Montag völlig kostenlos. Sicher dir deinen Platz, bevor es zu spät ist. Klicke dazu einfach auf den ersten Link in der Beschreibung. Als erstes dreht sich alles um NFTs. Während der Hype um digitale Objekte schon länger anhält, scheinen viele Leute noch immer nicht den wahren Wert hinter der NFT-Technik zu sehen. Je mehr das Verständnis sowie die damit verbundene Adaption voranschreitet, desto größer wird hierbei die Nachfrage, der Markt und der Gesamtwert des oftmals auf Ethereum aufbauenden Ökosystems werden. Als Beispiel für den Aufstieg von NFTs dienen hierbei Werke des Künstlers CryptoPunks, dessen billigstes Kunstwerk aktuell 100.000 US-Dollar in Ethereum kostet. Der durchschnittliche Preis für ein besagtes Kunstwerk ist aktuell auf ein Allzeithoch von etwa 121.000 US-Dollar gestiegen, was die steigende Popularität von NFTs weiter unterstreicht und dem Ethereum-Ökosystem einen zusätzlichen Mehrwert zurechnet. Unser erster Coin, welchen wir heute hervorheben wollen, ist AVE. AVE ist ein dezentrales Finanzprotokoll, welches es Nutzern ermöglicht, Kryptowährungen zu leihen und zu verleihen. Kreditgeber erhalten Zinsen, indem sie digitale Vermögenswerte in speziell eingerichtete Liquiditätspools einzahlen. Kreditnehmer können dann ihre Kryptowährungen als Sicherheiten verwenden, um mit dieser Liquidität einen Blitzkredit aufzunehmen. AVE, ursprünglich als ETH-Land bekannt, bietet den Inhabern vergünstigte Gebühren auf der Plattform und dient zudem als Governance-Token, der den Besitzern ein Mitspracherecht bei der zukünftigen Entwicklung des Protokolls gibt. Erst kürzlich verkündete AVE im Rahmen von etwaigen zukünftigen Multi-Chain-Angeboten für Kryptokreditmärkte, mit Solana und Avalanche sowie Layer-2-Projekten zusammenarbeiten zu wollen. Während Ethereum an sich schon ein enormes Netzwerk bietet, sind Multi-Chain-Zugänge zu multiplen Blockchain-Netzwerken sicherlich eine Technik, welche in Zukunft noch deutlich an Bedeutung zunehmen wird. Wie bereits berichtet, sehen wir großes Potenzial in AVEs Dienstleistungen und halten selbst Anteile des Coins. Als nächstes wollen wir uns Elrond ansehen. Einer jüngsten Meldung zufolge ist das Elrond-Netzwerk die erste kohlenstoffneutrale Blockchain in Europa und plant damit ein Wegweiser für eine Vielzahl von Projekten zu sein. Elrond ist ein Blockchain-Protokoll, das durch den Einsatz von Sharding extrem schnelle Transaktionsgeschwindigkeiten bieten will. Das Projekt beschreibt sich selbst als ein Technologie-Ökosystem für das neue Internet, welches Fintech, dezentralisierte Finanzen und das Internet of Things umfasst. Sharding kann dazu beitragen, die Latenzzeit eines Netzwerks zu verringern, da es ein Blockchain-Netzwerk in separate Teile, sogenannte Shards, aufteilt. Allerdings gibt es einige Sicherheitsbedenken in Bezug auf Sharding, da jene separaten Teile getrennt angegriffen werden können. Die Plattform zur Ausführung von Smart Contracts ist berichten zufolge in der Lage, 15.000 Transaktionen pro Sekunde durchzuführen, mit einer Latenzzeit von sechs Sekunden und Transaktionskosten von lediglich 0,001 US-Dollar. Die Blockchain verfügt über einen nativen Token namens eGold oder eGLD, der für die Zahlung von Netzwerkgebühren, den Einsatz sowie die Belohnung von Validatoren verwendet wird. Elrond wurde erstmals im August 2019 angekündigt und startete sein Mainnet im Juli 2020. Das Projekt beschreibt sich selbst als Blockchain-Plattform für die neue Internetwirtschaft, dezentrale Anwendungen und den Einsatz in Unternehmen. Sein wohl wichtigstes Verkaufsargument ist jedenfalls seine hohe Skalierbarkeit, welche durch die Implementierung von State, Network und Transaction Shading realisiert wird. Weiter geht es mit dem digitalen Marktplatz Ecomi, kurz OMI genannt. Ecomi ist ein in Singapur ansässiges Technologieunternehmen im Bereich der digitalen Sammlerstücke. Das Unternehmen hat mit VV einen Blockchain-basierten Marktplatz für digitale Sammlerstücke geschaffen, auf dem Nutzer ihre Sammlerstücke über den sozialen Netzwerkdienst kaufen, verkaufen und teilen können. Ecomi besteht aus zwei verschiedenen Elementen. Dem früheren Ökosystem Ecomi Collect, welches jetzt VV heißt, und der Ecomi Secure Storage Wallet. VV beinhaltet wiederum den VV Store, einen Second-Hand-Markt, einen Augmented Reality-Showroom für digitale Sammlerstücke und einen sozialen Feed. VV arbeitet mit etablierten Marken wie Batman, Superman, Harley Quinn, Ghostbusters, der NFL sowie vielen anderen zusammen. Der native OMI-Token ist ein Utility-Token, welcher als Tauschmittel verwendet wird, wenn ein Nutzer seine digitalen Sammlerstücke auf der VV-Plattform kauft, verkauft oder tauscht. OMI gewährleistet zudem die unveränderliche Aufzeichnung des Eigentums an den digitalen Sammlerstücken. Gerade erst kündigte in diesem Zusammenhang Comic-Gigant Marvel an, über den Online-Marktplatz von OMI offizielle NFTs, begonnen mit Spider-Man, vertreiben zu wollen. Die Preise für den ersten Drop sollen zwischen 40 und 400 US-Dollar liegen, mit zusätzlichen bereits geplanten Veröffentlichungen anderer Franchises Ende August. Wir sehen hierbei also auch eine stetig wachsende Nachfrage nach digitalen Sammelobjekten und Wertgegenständen. Ein weiteres Projekt, welches soeben großzügige finanzielle Unterstützungen erhalten hat, ist Makers Place. Die in San Francisco ansässige NFT-Plattform Makers Place konnte in einer Serie A Finanzierungsrunde unter der Leitung von Bessemer Venture Partners und Pantera Capital 30 Millionen US-Dollar sichern. Makers Place hatte vor allem durch den Verkauf des digitalen Kunstwerks Every Day's The First 5000 Days von Künstler Beeple für 69,3 Millionen Dollar in Zusammenarbeit mit Beeple und Auktionshaus Christie's auf sich aufmerksam machen können. An der aktuellen Finanzierungsrunde beteiligen sich Sony Music Entertainment, Uncork Capital, Draper Dragon Digital Assets, Nine Yards Capital und Coinbase Ventures. Zu den weiteren strategischen Investoren gehören der Rapper Eminem, Def Jam Label-CEO Paul Rosenberg und Musiker 3Law, welcher erst im Februar eine NFT-Sammlung für 11,6 Millionen Dollar über eine Online-Auktion verkaufte. Nachrichten wie jene zeigen wieder einmal das fortschreitende Wachstum sowie die Adaption von Blockchain-Technologie und NFTs durch den Mainstream. Abschließend wollen wir euch noch auf wichtige Entwicklungen neben Ethereum hinweisen. Das aktuelle Wachstum an neuen Nutzern der Bitcoin-Blockchain hat in den letzten sieben Tagen ein neues Allzeithoch erreicht. Jener Zuwachs stellt das schnellste Wachstum in der gesamten Geschichte der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung dar. Während der aktuelle Fokus des Marktes auf Ethereum zu liegen scheint, sollte man den aktuell wachsenden Angebotsengpass bei Bitcoin ebenfalls nicht außer Augen lassen, welcher auf bevorstehende sprunghafte Kurssprünge schließen lässt. Obwohl Bitcoin sich aktuell um das 40.000-Dollar-Niveau seitwärts bewegt, sind Analysten davon überzeugt, dass wenn die Kryptowährung innerhalb eines Monats die 45.000-US-Dollar-Marke durchbrechen kann, ein Anstieg auf 100.000-US-Dollar oder mehr durchaus möglich und realistisch ist. Zusätzlich verkündete die Kryptobörse Coinbase in Zukunft Zahlungen mittels Apple und Google Pay sowie Auszahlungen bis zu 100.000-US-Dollar pro Transaktion zuzulassen. Alles in allem bewegt sich der Markt in eine äußerst interessante Richtung und erweckt den Anschein zunehmend an Popularität und Fahrt zu gewinnen. Wir halten fest. Ethereum's neues Update beinhaltet eine Funktion, welche mit jeder Transaktion einen Teil der Transaktionskosten verbrennt, was Ethereum zukünftig zu einer deflationären Währung machen könnte. Aufgrund des aktuellen Hypes um den größten Altcoin der Welt stellten wir euch die wichtigsten Projekte aus der Ethereum-Umgebung vor. Insbesondere NFTs scheinen gerade eine neue Welle an Popularität zu erfahren. Die Projekte waren Kryptoleih-Plattform Aave, Highspeed-Blockchain Elrond, der Online-Marktplatz Ecomi, Premium-NFT-Handelsplattform Makersplace und es gab signifikante Neuigkeiten über Bitcoin. Wie steht es mit euch? Handelt ihr bereits mit NFTs? Achtung! Aufgrund der hohen Nachfrage haben wir uns entschieden, die Anmeldefrist für den Kurs Top 10 Fehler beim Investieren in Bitcoin und Kryptowährungen um 48 Stunden zu verlängern. Du bekommst diesen Kurs im Wert von 99 Euro nur mehr bis Montag völlig kostenlos. Sicher dir deinen Platz, bevor es zu spät ist. Klicke dazu einfach auf den ersten Link in der Beschreibung.